Welche Monsternereien brauchst du heute? Ich brauche die Schweißdrüsen einer seltenen Kreatur. Selten, aber neulich aufgetaucht, was? Neulich, richtig. Sie kommt nur nachts raus und ist nicht zu übersehen. Mit dem Sekret dieser Drüsen kann ich diverse Düfte zum Anziehen und Abstoßen von Infizierten anfertigen. Aber pass auf, Eden, sie kommt nur nachts raus. Okay. Und sie hat auch sonst noch den einen oder anderen schockierenden Aspekt im Angebot. Spannend. Ich bin bald zurück. Kein Thema, Babys. Komm, dann wieder. Überlader. Wo ist denn der überhaupt? Wer ist dieses Überlader? Da können wir speichern. Da speichern wir. Aiden. Nein! Oh fuck. Scheiße. Gott. Die Taste nicht gedrückt, ne? Aber die Falte dann aber so. Baby! Was ist hier los? Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Weiter nach Plan. Windmühel ging ja. 40 Meter. Da ist... Upp, Bäuerchen. So, dann machen wir die Haie Bubu. Und dann gehen wir... ...den Typen vermöbeln. Oder auch nicht. Was soll denn da sein? Überlader. Geht ab, Jungs! Ich bin auf der Seite der Reise. Ja. 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 Ich bin da nicht. Ja. Ich bin da nicht. Geh! Oh, oh, oh. Oh mein Gott! Boah, wo kommen die denn alle her, ey? Da können wir wieder alle rein. Oh mein Gott, das ist schwer. Oh. Zack. Wunderkerze. 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 Zweifel. Nein, ist mir egal. Kümmer dich um dich selbst. Schlafen legen. Das ist nicht gut, Aiden. Das ist nicht gut. Bonus bei Nacht. Hey, Aiden. Was ist das? Oh, wir sind schon gleich da. Hey, ich hab nichts damit zu tun. Wer bist du denn? Hier sind deine Schweißdrüsen. Du hattest recht. Die Jagd war... ...prickelnd. Hättest mitkommen sollen, Corvus. Vielleicht würdest du endlich mal lockerer, wenn dich eins dieser Dinger geschockt hätte. Laber mich nicht von der Seite an, sonst passiert was. Du solltest Corvus nicht so reizen. Der ist der Nächste. Nimm deine Belohnung und geh. Ich komme wieder. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht sicher. ARD Text im Auftrag von Funk